so weiter geht's tizzy teil nummero drei glaube ich wenn ich jetzt richtig bin oder was vier ich weiß gar nicht ich würde sagen wir fahren jetzt einfach mal hier runter gucken mal was da unten los ist was da noch gibt man nicht liebt warte mal jetzt muss ich mal schauen da fahr mal raus hinter mir war jetzt richtig und hoffte das ist so einigermaßen nicht die ist oder man schuldig ja passt nehmen wir dann haben wir hier ein bisschen was hier waren wir noch keiner drin noch ein paar schuss haben wir noch drin ja bleibt mal schöner auf den stanz kollege aber hier haben wir noch eine gute man kann sie noch so eine blase und schachtel noch eine magazine und wir haben immer den und auch mit dann haben wir es gleich richtig gemacht auf wiedersehen hat zombie so da würde ich sagen wir steigen mal ein und fahren mal tüter haus da nicht wieder haus fahren einsteigen bitte so 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 auch ja wir gehen mal hier runter gucken kommen aber umstehen lassen scheiß drauf eine flasche meine richtung dankeschön so was haben wir eine von dänel ok so dann gucken wir hier hoch mit adrenalin stick ich wollte jetzt da rein kicken gehen noch mal hier vorne hin bundesmagazin haben wir auch noch jawohl immer ja damit so dann gucken wir mal weiter wir sind ja von da kommen glaube ich nur schade ich kann da reinlaufen ohne würde man kann ja nicht alles haben von rammstein eigentlich will und was ich nehme mit ich komme mir auch nicht rein ich lasse das auto meine ruhe ist auch hier die augen teil der natasche das rechts links von mir wunderblomsen wollte ich jetzt nicht auch schön gemacht mit dem verwachsungen hier ist echt schön wo ich sagen da hat sich wirklich mutter natur alles wieder geholt mit dem baum und so wie im paradis soll nicht sein da hat man so eine geile mauer wie komme ich denn auf die dinger da oben hیں da hast du so eine schöne mauer so eine geile location und dann kannst du nicht mal darauf diese reihen wobei ich gucke kann ich hier ja ich kann erkennen durch das rohr nein funktioniert nicht und jetzt bin ich einfach mal die mauer hier lang weiß ich ob das richtig ist schade man kommt nicht auf die wachtürme ich würde mir zu gerne mal die wachtürme angucken in der da ist richtig gut gemacht finde ich genau du stehe wieder sonst wo noch einmal kommen wir gerade vor wie wenn einer hinter mir erballert so ungefähr so ein bisschen an die gondorf in den sommer so schätze gemacht haben wir den schießt sachen jetzt gehe ich mal hier auch mal sehen was dann passiert hatte ich nicht erwischt hat mich erwischt hier sind ja mal ein paar zombies mehr schön das macht audi nicht erwischt man zehnmal daneben geschossen ist das im bunker hier ach da kommt man auf die mauer hoch ne kommt man nicht was wieso weshalb warum ist nicht wahr jetzt oder was heißt sie in stabiler verbindung man habe ich den auf dem wanz gekriegt jetzt ja gut aber hier stand ich vorne schon das stimmt alles das passt auf der mauer bin ich immer noch nicht gewesen muss doch auch wieder hoch kommen ja 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 ich weiß ich das ist richtig ich habe das gefühl ich habe die mauer gerade umrundet und bin immer noch nicht da oben drauf gekommen mal gucken wo ich denn eigentlich bin jetzt noch platten und glocken leuten und die dunkle haute oder was mit einem das ist ja das ist ja 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 ich habe das ja 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 ich habe ja das ist ja nicht so schön gewohnt jetzt werden wir kommen non finally tja da sind wir eigentlich wieder hier wo wir wurden waren nur hier waren wir vor den schon marijuana zu retten naja wer es braucht nicht auf die mauer schau dir gern mal auf die mauer gestiegen aber okay wir haben die mauer jetzt einmal umrundet sozusagen ja schön war es wir haben es gewesen musst du nicht rein du kommst ja nicht rein na nix zu machen ja na gut also gut eine runde um die mauer war schön gut weiser jawoll was zu bringen immer gut dann gucken wir mal dass wir das auto wieder finden oh ich bin mir einmal vermisst oder was auch hier 29 sich 200 zucker macht er will doch nur spielen oh god's living my boy ein auto wo ich heute hier mal reingucken schreckt mich doch nicht so wie war das geschieht aber durch diese hole ganz immer so kommen oder so die röden junger die röden hoch klappenhaus hallo weiß nichts hier in die unterkünfte gucken die kann man liegen lassen die kommen mitten in die tasche den nehme ich gerne mit noch eine weste mit einer fouch dran wo kann ich das ist wie eine pouch deswegen vielleicht warte mal ich könnte das mal hier reinpacken diesen kann man da wussten wir gar immer dazu sein apk ist nicht kompilatibel das kann hier mit rein die kleinen kram hier mal so reinpacken da würde ich ja noch mal gucken was der schmuggel braucht so da hätten wir hier noch so kleine klemmbim da habe ich eine idee und schon sind die hanschuh verarbeitet da schon mal platz geschaffen so die tasche könnte man wenn du noch hier rein dann muss man noch dann würde ich sie groß fingerloser wohl auch nicht wahr ich würde es taktisch ergeben würde ohne also ganz normal ohne finger würde ich sie dann so muss man das so jetzt eigentlich nicht hier reinpacken können genau da haben wir gleich wieder noch ein bisschen platz tetrazilin die nehmen wir mit tetrazilin immer gut da würde ich sagen wir gehen jetzt hier einfach nochmal den gang hier durch hier aber nichts hier auch nicht gehen noch mal die etage hoch das doch sieht ja mal so aus und das will ich jetzt mal genauer angucken ich bin jetzt hier von hoher nicht runter blumsen komm kletter mal hoch hier ach da verschwindet das magazin ich war die wache noch in der hand hält warum nicht so sieht interessant aus sieht wirklich interessant aus weil er so schön verwachsen und verwuchert aber man kommt leider nicht rein oder hoch jetzt auch keine leite und nichts aufgefallen gut ok jetzt sagen wir mal wieder runter auch runter gucken wir uns hier nochmal kurz um das haben wir sagen wir sagen wir sind schon hier dann so erfolgreich da kannst du noch mal hoch da war man ja schon die türen offen also können wir uns das auch schon mal sparen das pinkel sanatorium die pettgeschichten da können wir uns reingucken lassen die vse daten immer noch glatt mit das die vse daten immer noch glatt mit ich auch kommt Gut, da haben wir die Ecke jetzt hier auch durchgegrast So, dann hätten wir jetzt das Das ist die Mauer, da sind wir Warte mal, wo ist das mit dem See? Hier vorne, hier rein Müsste dann die Mauer sein Der ist hier noch nicht dabei Wenn ich jetzt in die Richtung gehe, gehe ich doch zurück Ach ja, da gehe ich zurück Dann ist das der hier gewesen Da haben wir die Mauer Und ich habe das hier schon gehabt Ich glaube nicht nur Ach klar, wir sind hier so rumgefahren Da hier in dem Bereich war man noch nicht Den hier haben wir noch nicht gemacht Würde ich sagen, wir fahren erst mal wieder ein Stück zurück Das wird dann hier vorbei und hierher fahren So, also rein ist gut das Auto Ich muss mal ein Stück zurück Dann muss ich jetzt mal mal gucken Und dann den Feldweg Abbiegen wieder Können wir noch mal bei den Kanälen Baraken kurz anhalten Mal gucken, ob wir vielleicht wieder was respawnt Da war auch schon was drin Wir gucken mal bei den Baraken noch mal kurz rein Vielleicht hat sich der Luthier nochmal neu respawnt Ich will immer schnell laufen Und drücken auf die Hoch Nur dazu ist sie Ne, die lag vorher nicht da Ich schätze sie gern, ne, ne Bleib du mal schön mir von der Pelle Das kannst du vergessen So, guck mal nochmal Vielleicht haben wir ja Glück und finden was Ja, mag halt sie mir gedacht Super So, besser als gar nichts Na, guck mal Da haben wir noch ein Packpack Verkauf mal Packpacks Das ist nicht so schlimm Der alter will ich den Packpack haben Da ist nichts Ne, ist aber nicht wild So richtig wild Ist das hier nicht mit dem Nachspawn Und vielleicht ist die Zeit auch noch nicht reif Mal nochmal hier rein schnell Nein, nein, wie kannst du nur Gut Ja, das setzt sie gerne, wa? Nichts da Nichts da Ich gehe mal hinten hin Falls die von vorne rein kommen Dann habe ich noch ein bisschen Freiraum Genau deswegen Eine Mütze Ich will ja eine Mütze nicht Ich mache schon Magazin Noch ein Magazin Ein Ruckschack Jawoll Irgendwo reicht hier Ein oder ich die Gegend Und zwei, drei Entschuldigung, habe ich erzählt Soll noch mal in die Schuhe gehen Du bist ja aber Ich nur am Ballern, du Gut Dann würde ich sagen Wir steigen ein und machen weiter Weil ich will mal kurz was lernen Ja, ich würde gerne mal hier die Straße lang tütteln Walsch, ich mache mal kurz Ja, genau da wollte ich nämlich hin Warte mal, das ist jetzt ein bisschen Winni, Winni, lose ų Ja, ja Und hier habe ich Immer noch keinen Bären gewonnen Immer noch kein Teddy Und jetzt habe ich schreie noch Bis hier her 1.970 zu was ist denn das hier ich will doch noch mal was ich gucken das ist der platz wo wir wurden so ich würde sagen das haus stürmer dann beim nächsten mal macht man noch eine runde besichtigung ich bedanke mich fürs zuschauen oder fürs reinschauen anregungen informationen gerne in die kommentare ich lese mir die auch gerne durch und reagiert auch darauf ansonsten daumen hoch würde ich mich darüber freuen und bis zum nächsten mal bleibt gesund bleibt mir gewogen tschüssikowski